Verdiene 200 Euro mit gerade einmal 30 Minuten Arbeit durch NFTs und das Ganze auch noch mit 0 Vorwissen, das heißt ihr müsst euch zu 0% mit NFTs auskennen. Ihr müsst euch nicht mit dem Thema Kryptowährung, Blockchain etc. auskennen, das heißt ihr könnt es auch als kompletter Anfänger machen und trotzdem eben vom riesigen NFT-High profitieren und wirklich auch mit 0% Risiko diese Methode anwenden. Große, große Versprechung hier am Anfang des Videos, wie das Ganze funktioniert, das werdet ihr auf jeden Fall nach diesem Video wissen. Schaut euch das Video auf jeden Fall bis zum Ende an, denn ich werde alles Schritt für Schritt für Anfänger erklären und gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch und abonniert diesen Kanal, wenn ihr mehr von solchen Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Online-Geldverdienen erfahren wollt. Mein Name ist Leon Kramer und dieser Kanal beschäftigt sich mit den Themen Finanzen, Online-Geldverdienen und passives Einkommen aufbauen. Wenn dich diese Themen interessieren, kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, dann bist du immer auf dem neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr. Ich lade dir jeden Tag neue Videos in genau diesen Bereichen hoch. An dieser Stelle erstmal vielen lieben Dank für 21.000 Abonnenten, wirklich richtig, richtig super. Ich bin dankbar für jeden einzelnen Abonnenten. Schreibt gerne auch eure Videovorschläge für weitere Videos in die Kommentare, denn auch dieses Video war wieder ein Zuschauerwunsch. Sehr viele von euch haben sich das Thema Geldverdienen mit NFTs gewünscht. Und ja, ich habe jetzt mal eine sehr, sehr spannende Methode rausgesucht, die wirklich jeder machen kann. Auch wie gesagt, jemand, der keinerlei Ahnung von Blockchain, NFTs etc. hat. Und ja, deswegen würde ich mal sagen, Daumen hoch und dann geht es jetzt auch schon direkt los. Ja, und zwar benötigen wir für die Methode zwei Plattformen. Die erste Plattform ist Fiverr. Die finden wir hier auch schon. Kennen mit Sicherheit die meisten von euch. Dort könnt ihr euch komplett kostenlos anmelden. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und dort habe ich einfach mal NFT eingegeben. Und dann sehen wir hier auch schon beim besten Resultat hier den Anbieter Dragant. I will create randomly generated NFT 1000, 10.000 und so weiter und so fort. Das heißt, hier kann man sich ein NFT erstellen lassen. Das Ganze kostet 230 Euro bzw. 230 Euro und 36 Cent, wenn man genau sein möchte. Und er hat wirklich eine sehr, sehr gute Bewertung von 5,0 Sternen. Also wirklich ein super, super Service und das Ganze wirklich zu einem sehr, sehr guten Preis. Ja, und wie können wir das jetzt nutzen? Und zwar Schritt 1. Wir suchen uns hier einen Anbieter raus. Ich würde, wie gesagt, diesen Anbieter hier empfehlen. Und ja, dann brauchen wir jetzt im zweiten Schritt eine zweite Plattform und zwar diese Plattform hier. So, und zwar die zweite Plattform, die wir für die Methode benötigen, ist die Plattform PeoplePerHour. PeoplePerHour.com ist so ähnlich wie Fiverr. Also hier kann man auch Dienstleistungen einkaufen und auch natürlich anbieten. Und hier wird es jetzt extrem spannend. Und zwar, wenn man hier einmal NFT eingibt, sehen wir direkt Folgendes. Hier fällt natürlich auf, Create Randomly Generated NFT, also quasi genau der gleiche Titel hier. 1.000, 10.000 und so weiter und so fort können wir ja nochmal zum Vergleich. Hier sehen wir den genau gleichen Titel. Hat er wahrscheinlich von dem Anbieter hier ja abgeguckt. Aber was jetzt interessant ist, hier sehen wir Preise von 675 Euro. Und dieser Anbieter hat auch eine extrem gute Bewertung von 4,9 von 5 möglichen Sternen bei über 1.200 Bewertungen. Ja, und zwar sehen wir hier dieses Angebot hier. Und das wurde tatsächlich zum heutigen Tag schon über 40 Mal verkauft. Das heißt 42 Sales sehen wir hier genau. Und das Ganze wirklich auch mit einer extrem guten Bewertung. 97% Daumen hoch und eine Lieferung innerhalb von 5 Tagen. Was bedeutet das jetzt für uns? Klar, diese Leute verdienen gutes Geld, weil sie NFTs erstellen können. Allerdings müssen wir die NFTs nicht einmal selbst erstellen. Das heißt, wir melden uns hier bei dieser Plattform People.pro ganz normal an. Dazu geht ihr hier auf Freelancer? Meldet euch dann hier einfach an. Dann könnt ihr euch hier ganz normal registrieren mit I want to work as a Freelancer. Das heißt, ihr wollt selbst hier auf der Plattform arbeiten. Bietet dann hier, beziehungsweise meldet euch dann hier ganz normal an. Den Anmeldungsprozess muss ich jetzt nicht großartig erklären, weil man dann hier einfach Sign up with E-Mail macht, also mit E-Mail anmelden. Und dann habt ihr einen Account. Dann legt ihr im Account eben einen Auftrag an, beziehungsweise bietet an, dass ihr eben NFTs auch erstellt. Ihr könnt auch einen sehr ähnlichen Titel nehmen. Allerdings wird es jetzt spannend. Und zwar, ihr orientiert euch dann an den Preisen. Das heißt, wir sehen dann hier, der bietet das Ganze für 675 Euro an. Ihr macht es genau gleich und bietet es einfach für 200 Euro weniger an. Das heißt, in diesem Fall für 475 Euro. Und jetzt wird es spannend. Und zwar, wenn ihr dann hier eine Buchung erhaltet, und das ist natürlich relativ wahrscheinlich, wenn ihr 200 Euro günstiger seid, aber das genau gleich anbietet, dann macht ihr Folgendes. Ihr geht dann, sobald ihr eine Buchung erhaltet, geht dann auf Fiverr und bucht dann eben hier diesen Anbieter hier zu 230 Euro. Der erstellt euch das Ganze, also der macht die ganze Arbeit und ihr leitet den Auftrag quasi weiter. Das heißt, ihr bietet das Ganze auf der anderen Seite für zum Beispiel 430 Euro an. Sobald dann ein Auftrag reinkommt, beauftragt ihr diesen Anbieter hier. Der erledigt den Auftrag für 230 Euro und ihr habt dann quasi einen Gewinn jedes Mal von 200 Euro. Das Video heißt da 200 Euro in 30 Minuten verdienen. Und das stimmt tatsächlich auch, weil die Arbeit, die ihr quasi habt, ist einfach nur das Vermitteln. Ihr müsst einfach nur den Auftrag von der anderen Seite an diesen Anbieter hier weitergeben. Und das Ganze dauert maximal eine halbe Stunde. Und dann müsst ihr einfach nur, wenn die Arbeit erledigt ist, das Ganze weiterleiten an den anderen Anbieter auf der Seite. Und jetzt gibt es nochmal was Spannendes und zwar, wenn ihr euch mit dem Link in der Beschreibung anmeldet, bekommt ihr sogar noch 10% Rabatt auf die erste Bestellung bei Fiverr. Das heißt, ich zeige euch das Ganze mal, wie das aussieht. So, denn mit dem Link in der Beschreibung kommt ihr direkt auf diese Seite. Hier könnt ihr euch ganz normal bei Fiverr anmelden mit E-Mail, mit Apple, mit Google oder auch mit Facebook und bekommt dann tatsächlich 10% auf eure erste Buchung. Das heißt, ihr erstellt zuerst bei People Per Hour den Auftrag und wenn ihr dann euren ersten Auftrag bekommt, dann geht ihr hier auf Fiverr und gebt dann eben eure erste Bestellung auf bei diesem Anbieter hier. Dann würdet ihr sogar noch 10% sparen, also in diesem Fall 23 Euro und hättet dann hier noch ungefähr einen Preis von 207 Euro. Verkauft das Ganze einfach auf der anderen Plattform für 430 Euro und habt dann eben einen Gewinn immer und immer wieder von 200 Euro. Und das einfach ohne selbst einen NFT erstellen zu müssen, ohne sich damit auskennen zu müssen und als kompletter Anfänger ohne Vorwissen. Das ist einfach eine super, super spannende Methode, weil ihr einfach der Vermittler bzw. der Zwischenhändler zwischen Kunde und eben Dienstleister seid und dadurch auch noch sehr, sehr gutes Geld verdienen könnt. Das Gute ist, ihr habt natürlich auch 0% Risiko, weil ihr natürlich erst diesen Anbieter hier bucht, wenn auf der anderen Plattform, wenn auf People Per Hour ein Auftrag reingeht und ihr eine Bestellung bekommen habt. Dann geht ihr hier natürlich auf Fiverr, bucht das Ganze hier, bekommt sogar noch 10% Rabatt, Link wie gesagt dazu in der Beschreibung und habt dann eben schon quasi das Geld sicher und müsst euch nur noch darum kümmern, dass eben der Auftrag weitergeleitet wird. Das heißt, ihr müsst 0% Vorerfahrung haben, könnt das Ganze komplett als Anfänger machen und müsst euch nicht mal selbst mit dem ganzen Thema NFT, Blockchain etc. auskennen, denn dafür gibt es hier eben bei Fiverr die Experten, die das Ganze für euch übernehmen. Falls ihr jetzt noch weitere Methoden zum Online-Geldverdienen sucht, werft auf jeden Fall einen Blick in die Videobeschreibung. Dort habe ich euch unseren komplett neuen Online-Kurs mit über 20 Methoden zum Online-Geldverdienen verlinkt. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, testet das Ganze auf jeden Fall einmal aus und schreibt euer Feedback in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren und schickt dieses Video auch gerne weiter. Gerne auch an Leute, die sich gar nicht so gerne mit dem Thema NFTs etc. beschäftigen und sagen, das Ganze funktioniert doch eh nicht. Denn mit diesem Video könnt ihr sich auch davon überzeugen, dass man auch wirklich ohne Vorerfahrung von dem ganzen Hype profitieren kann, wenn man sich eben richtig anstellt. Ja, eine extrem spannende Methode zum Online-Geldverdienen mit NFTs. Gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn euch das Ganze gefallen hat und schaut in die Videobeschreibung, wenn ihr noch mehr Online-Geldverdienen wollt. Und ich werde euch jetzt natürlich noch weitere Videos zum Thema Online-Business, finanzielle Freiheit erreichen etc. einblenden hier. Klickt da gerne rauf, dann sehen wir uns gleich im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.